Ihr Lieben, schon in wenigen Wochen startet die Meisterschule wieder und ich freue mich so sehr. Diese Meisterschule ist so tief, sie ist so weit und sie ist unendlich individuell, egal wie viele da sind. Es ist so individuell, wir gehen tief hinein und wir lösen, erlösen und transformieren Themen, die als unlösbar erschienen sind. Denn alles ist möglich und diese Meisterschule macht alles möglich. Und wie so nebenbei fließen unendlich viele Tools und Möglichkeiten, Weisheiten ein. Und vor allem putzen wir deine Hellsinne wieder klar. Denn du bist hellsinnig, du bist alles, du bist ich. Und manchmal braucht es einfach nur ein bisschen den Rundumblick, damit du in dir dich wieder daran erinnerst, Und, ah, das bin ich. Also, wenn du Lust hast, dich an dich zu erinnern und wieder ganz anzukommen auf dieser wundervollen Erde, um den Himmel auf die Erde zu bringen, um deine Meisterschaft zu leben, deine Supernatur, deine Buddha-Natur, was auch immer du es nennst, dann freue ich mich so sehr auf dich in der Meisterschule. Sie startet am 18. September. Und ich glaube, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, es ist die beste Ausbildung für diese neue Zeit. Es ist das Beste, was du dir gönnen kannst. Und ich gebe mein Bestes, weil ich dafür bin, hier dir zu dienen, deiner Meisterschaft zu dienen. Danke, danke für dein Sein. Und ich liebe dich so sehr und ich freue mich auf dich in der Meisterschule. Lass es dir gut gehen. Bis bald.